In diesem Video geht es um die besten Fernseher. Das Gütezeichen in dem Fernseher-Test geht an den LG OLED 55 CX9LA. Dank 8 Millionen selbstleuchtender Pixel erleben Sie das perfekte Schwarz der LG OLED TV und eine Milliarde kraftvoller Farben. Cinema HDR unterstützt alle gängigen HDR-Formate, wie HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision. Für Kino gleiche Bildqualität im heimischen Wohnzimmer. Der Alpha 7 Generation 2 Prozessor optimiert Bild, Klang und Helligkeit ganz automatisch. Die Bildqualität des Inhalts wird erkannt und auf Basis von Deep Learning Algorithmen optimiert. Auch die Audioquelle wird analysiert und Stereoton in virtuellen 5.1 Surround Sound verwandelt. Einfach zurücklehnen und genießen. Die Dolby Vision HDR-Technologie sorgt für eine dynamische Farbwiedergabe, sodass Sie beeindruckende Bilder genießen können. In Verbindung mit dem kraftvollen 360-Grad-Surround-Sound von Dolby Atmos bedeutet dies Entertainment auf allerhöchstem Niveau. Der LG OLED TV unterstützt Nvidia G-Sync und sorgt damit für eine herausragend flüssige Bildwiedergabe. Dank einer besonders schnellen Reaktionszeit von einer Millisekunde und der Unterstützung von VRR, HGIG und All-M mit HDMI 2.1 profitieren Sie auch bei schnellsten Spielgeschwindigkeiten von einer atemberaubenden Grafik. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die zweite Wahl ist der Samsung TU 8079. Stürzen Sie sich in ein Meer voller Farben. Auf dem Dynamic Crystal Display können Sie realitätsnahe Farbspektren sehen. Genießen Sie Szene für Szene eine Vielzahl an Details. HDR sorgt für einen umfangreichen Kontrastumfang. Das führt zu einem Bild, das mit einem sehr breiten Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt in sehr hellen genauso wie in komplett dunklen Szenen. Der Crystal Prozessor 4K sorgt mit seinem Chip für ein hohes und umfangreiches Kontrastverhältnis. Mit viermal mehr Pixeln als Full HD sorgt 4K UHD für kristallklare Bilder. Game Enhancer Szene für Szene wird analysiert für flüssige Gaming Sessions ohne Bewegungsunschärfe und Ruckeln. Freuen Sie sich auf ein schlankes und elegantes TV-Gerät, das mit seinem minimalistischen und fast rahmenlosen Design den Fokus aus unterschiedlichen Blickwinkeln ganz aufs Bild legt und damit zu einem echten Designstück wird. Das Sparprodukt in dem Fernseher-Test ist der Xiaomi Mi Smart TV. Erleben Sie einen Hauch von Kinoatmosphäre und ein Gefühl von Freiheit in Ihren eigenen vier Wänden. Mi Smart Fernseher der 4S-Serie vereinen beste Unterhaltung mit futuristisch elegantem Aluminium-Design. Lassen Sie sich begeistern von atemberaubend scharfen Bildern und lebensechten Farben in bester 4K Ultra HD Auflösung. Aktuelle Technologien wie MEMC und HDR-Unterstützung sorgen für geschmeidige Bildübergänge und ein erweitertes Spektrum an Farben und Kontrasten. Nutzen Sie alle Vorteile eines Android 9.0 Smart Fernsehers und kombinieren Sie diese mit den Möglichkeiten eines klassischen Fernsehers. Die smarte Benutzeroberfläche bringt Ihnen die Basis der einfachen Bedienung. Starten Sie Ihr TV-Programm, bereits integrierte Apps oder wechseln Sie ganz benutzerfreundlich Ihre Anzeigequellen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Dannaprès Sie wir uns um ein Video gefallen hat und Du das, bei mir ist es eine Art der Park ws